Maschinelles Lernen ist ein Prozess, der es Computern ermöglicht, zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden. Dazu gibt es eine Reihe von Methoden, aber die gängigsten sind Training, Valisierung und Test. In diesem Blogbeitrag werden wir jeden dieser Schritte genauer betrachten und sehen, wie sie zusammenarbeiten, um genaue Modelle zu erstellen. Training ist der erste Schritt beim maschinellen Lernen. Dabei wird dem Computer beigebracht, wie er Muster in Daten erkennen kann. Dazu werden dem Computer Beispiele für Eingaben und Ausgaben vorgelegt, damit er lernt, wonach er suchen muss. Die Datenmenge, die für das Training benötigt wird, kann ziemlich groß sein, deshalb wird sie oft in zwei Teile aufgeteilt, die Trainingsmenge und die Validierungsmenge. Der Validierungssatz wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Computer das Lernen der richtigen Muster. Sie wird nicht zum Training verwendet, enthält also keine Beispiele, anhand derer der Computer lernt, Muster zu erkennen. Die Validierungsmenge wird verwendet, um festzustellen, wie gut der Computer arbeitet und um sicherzustellen, dass er die richtigen Dinge lernt. Der Testsatz wird verwendet, um die Leistung des Computers zu bewerten, nachdem er trainiert wurde. Dieser Satz enthält Daten, die weder in den Trainings- noch in den Validierungssätzen verwendet wurden. Indem wir die Ergebnisse der Testmenge mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen, können wir sehen, wie genau die Vorhersagen des Computers sind. Schauen wir uns ein Beispiel für Training, Valisierung und Test mit einem neuronalen Netzwerk an. Neuronale Netze bestehen aus vielen miteinander verbundenen Knotenpunkten, die zusammenarbeiten, um Informationen zu verarbeiten. In der Trainingsphase geben wir diesen Knoten Eingabedaten, Z. B. Bilder und entsprechende Ausgabedaten, Z. B. Etiketten, vor. Der Computer ist in der Lage, sich selbst so einzustellen, dass er Muster in beiden Arten von Daten erkennen kann, so kann er genaue Vorhersagen treffen, wenn er neue Eingaben erhält, ohne dass wir zusätzliche Programmierungen oder Änderungen vornehmen müssen. Sobald der Computer trainiert wurde, können wir ihn verwenden, um Vorhersagen für neue Daten zu treffen. Dazu geben wir dem Computer eine Reihe von Eingabedaten, Z. B. Bilder und bitten ihn, die Ausgabebezeichnung vorherzusagen, Z. B. Welches Objekt ist auf dem Bild zu sehen? Der Computer erstellt dann für jedes Eingangsbild eine Vorhersage. Wie du siehst, ist maschinelles Lernen ein Prozess, der viele Schritte umfasst. Aber wenn wir Training, Valisierung und Test zusammen verwenden, können wir genaue Modelle erstellen, die für verschiedene Zwecke wie Erkennung oder Vorhersage verwendet werden können. Wir haben die Verkennung oder Vorhersage verwendet, können wir ihn natürlich finden. Aber wenn wir dann machen, muss man einen Ausgang mit einem Ausgang anbietern verwendet werden, kann man einen Ausgabe sein. Und wenn wir das dann noch vorhersagen haben, können wir das in der Däumen anbietern verwendet werden. Vielen Dank.